Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher. Beim letzten Mal haben wir das Salamandra-Versteck im Tempelbezirk gefunden und vollständig ausgelöscht und natürlich ebenso auch den Salamandra-Anführer hier im Tempelbezirk, Gellert Pleinheim, eliminiert. Und von dem haben wir diese Dechiffrierungsvorrichtung erhalten, mit dem wir jetzt... Moment kurz... Das war's nicht. Nee, wir brauchen den verschlüsselten Brief, den wir bei Roland Pleinheim gefunden haben. Ja genau, dieses verschlüsselte Dokument können wir damit wahrscheinlich entschlüsseln. Aber wie gesagt, das werden wir von Deklan Leuwarden direkt erledigen lassen. Und dementsprechend wollen wir ihm diese Dokumente jetzt überbringen. Aber bevor wir das tun, werden wir nochmal kurz bei Jethro vorbeischauen, denn dem sollten wir ja Bescheid sagen, wenn wir Gellert Pleinheim eliminiert haben. Und das haben wir ja geschafft. Von daher schauen wir mal noch kurz bei Jethro vorbei. Hey Sultan, jetzt geht's bald ab. Denn wir haben jetzt sowohl das Salamandra-Versteck im Sumpf als auch das Salamandra-Versteck im Tempelbezirk ausgelöscht. Und damit bleibt nur noch das Salamandra-Versteck im Händlerviertel. Von dem wir ja wissen, dass es im Händlerviertel eins gibt. Denn Azayavid hat bei seiner Flucht davon geredet, dass sie sich in ihr Salamandra-Versteck im Händlerviertel zurückziehen wollen. Und dementsprechend schauen wir mal, ob wir das nicht da mit diesem verschlüsselten Dokument finden können. So, aber als erstes... Alter, dieser Typ... Vielleicht solltet ihr verschwinden. Ich? Das verstehe ich nicht. Verkauft noch einmal Fistech. Und ich sorge dafür, dass ihr für immer verschwindet. Schon gut. Seid unbesorgt. Ich gehöre zu den Gesetzeshütern. Lebt wohl, Jethro. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. Hei, 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 Geralt. Aber der Typ ist schon einer, ne? Der wird wahrscheinlich noch qualvoll sterben. Muss ich mal ganz so sagen. So wie der sich immer wieder einmischt. Und bei seinem Drogengebrauch bezweifle ich, dass er noch lange leben wird. Gut, dann jetzt auf ins Händlerviertel. Zu Deklan-Loiwaden. Der sich dann wahrscheinlich doch immer noch im Neunar-Akkord auffällt. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe auch vor allem, dass das Spiel jetzt nicht wieder abstürzt. So wie die letzten Male. Also, was heißt die letzten Male beim, äh, letzten Mal im Händlerviertel ist das Spiel ja seltsamerweise zweimal abgestürzt. Keine Ahnung, wieso. Aber das Händlerviertel ist sowieso immer so ein bisschen, naja, keine Ahnung. Kann es nicht genau erklären, was hier ist. Ich weiß es auch nicht. Beziehungsweise, ich weiß auch nicht, was es hier ist. Es ist hier immer so ein bisschen, naja. Ja, was soll's. Gut, auf jeden Fall auf in Richtung Neunar-Akkord. Hey, da ist nochmal eine Edelfrau. Bist du vielleicht die Edelfrau? Hey. Ihr seid schroff. Ihr habt die Mentalität eines Söldners. Ich habe richtig gewählt. Ihr seid völlig anders als mein Mann. Ich mag solche Männer. Männer, die Frauen behandeln, als seien sie Kriegsbeute. Hey, die wollte ich doch immer schon mal wieder treffen, ne? Werte Dame, da irrt ihr euch. Bestreitet es nicht. Findet ihr mich vielleicht nicht attraktiv? Na ja, schön, ne? Stimmt schon. Oh, doch. Ich finde euch attraktiv. Er weist euch als würdig. Ich will ein Stück von einem Ungeheuer. Ja, genau das habe ich. Eine Kikimorenklaue. Ne, Moment, da ist ein flatterer Fangzahn. Haben wir noch eine Kikimorenklaue? Ja, da. Die wollte ich ja schon lange mal wiederfinden. Mein Gatte ist aus, häusig. Wollt ihr mich besuchen? Natürlich. Geht voran, werte Dame. Oh, hat das auch nochmal geklappt? Ich meine, wenn ich sie schon mal wieder getroffen habe, ne? Und gerade die Kikimorenklaue dabei hatte, dann kann man das ja wohl mal machen. So. Soviel zu der Edelfrau. Jetzt aber wirklich zu den wichtigen Dingen. Auf zu Deklan-Löwaden. Sorry dafür, aber. Ja, natürlich trage ich diese Schwerter nur, um anzugeben. Ich benutze sie niemals. Nein, ich habe noch nie einen Menschen getötet. Ach, lasst mich doch mal rein da. Meine Güte. So, dann auf hoch zu Deklan-Löwaden. Der wird wahrscheinlich noch oben sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Hallöchen. Wo ist er denn? Vielleicht hinten? Schwupp. Ach Mensch, jetzt lass doch mal die Tür auf. Alles läuft noch klar. Da ist er doch. Meine Güte. Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Code-Knackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Alles klar. Äh, du bringst sie deinen Code-Knackern, meinst du wohl eher. Na gut, dann müssen wir jetzt einmal meditieren. Ja, was soll's. Ist jetzt zwar irgendwie nicht das Sinnvollste, da wir jetzt gerade erst bis zum Morgen meditiert haben. Aber was soll's. Schaden tut's jetzt auch nicht. Los, lass mich mal meditieren, bitte. Ihr seid herzlichst willkommen. Ja, ja. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja, ich hätte gerne. Ich brauche Ruhe. Habt ihr ein Zimmer? Ja. Fünf Ohrens. Ja, ja, bitte. Kann ich mir grad so noch leisten. Ein bisschen sinnlos, dass wir jetzt den ganzen Tag quasi nochmal meditieren, aber was soll's. Wir wollen jetzt ja auch immerhin endlich wissen, was es mit den Salamandra auf sich hat. Beziehungsweise wo sie ihr Versteck haben. Wir wollen sie ja endlich finden und die dementsprechenden Hexer-Geheimnisse endlich zurückholen, die sie ja gestohlen haben. Und als er ja wird und den Professor natürlich töten. Die, die wir fast schon hatten im Sumpf, aber dann sind sie geflohen. Verdammt. So, Leuwarden. Wo ist er denn? Immer noch da hinten. Ja, da hinten ist er. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionagequatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Alles klar. Okay, jetzt müssen wir also den Wachoffizier finden. Meine Güte. Hätte er den nicht einfach mal einladen können hierher, damit er mir das gleich sagt? Nein, jetzt müssen wir den Typen erstmal finden. Na gut, was soll's. Ist ja jetzt auch nicht so weiter schlimm. Auf geht's. Suchen wir mal den Wachoffizier. Ach, ich mag die Musik. So, welcher Wachoffizier könnte es denn sein? Prinzipiell jeder. Da vorne ist zumindest schon mal einer. Wir sprechen einfach jeden an. Äh, der nicht. Irgendwo noch ein Offizier. Da sind wieder diese Straßengaukler. Da hinten ist noch ein Offizier. Ne, das ist ein gepanzerter Wachmann. Ich weiß nicht, ob es ein Offizier sein muss oder ein gepanzerter Wachmann. Äh, werde ich ja sehen. Da vorne kommt, glaube ich, ein Offizier, ne? Ja, da ist ein Offizier. Vielleicht weiß der ja. Oder vielleicht ist es der ja, meine ich. Gerald von Riva. Wie er leibt und lebt. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch offiziell Unterstützung erschlichen? Meine Güte. Es herrscht Kriegsrecht. In Kriegszeiten gelten andere Gesetze. Ich werde mich so gut ich kann danach richten. Wir haben was schlussendet. Das solltet ihr auch. Denn Verräter bekommen die Klinge zu spüren. Wir haben was anderes jetzt gerade zu tun. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine... Geht jemand anderem auf die Nerven. Okay, der war es scheinbar nicht. So, da vorne haben wir noch einen. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs! Ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Äh, Moment, Moment, nein, nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfen-Terroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpe? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen Anderlingen-Kollaborateur lediglich identifizieren. Meine Güte, das ist ja einfach. Ich glaube, Geralt sollte den Job wechseln. Nee, aber das passt ja nicht zu ihm. So, haben wir hier noch irgendwo einen Offizier? Da ist noch ein Offizier. So, bist du es jetzt endlich? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Oh, Entschuldigung. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Na endlich. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn. Hier ist der Plan. Schlag Mitternacht. Trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung. Aber höchstens zwei Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts! Marsch! Nun gut. Dann also jetzt in die Kloaken mal wieder. Warum endet eigentlich alles in den Kloaken? Aber da ich jetzt gerade nicht genau weiß, wo in den Kloaken, werde ich mal das hier wieder nutzen. Bleibt ja sonst nichts anderes übrig. Und würde sagen, dann gehen wir zu dem Ort in den Kloaken und meditieren dann an der Stelle bis Mitternacht, würde ich einfach sagen. Also was heißt an der Stelle? Irgendwo an der Feuerstelle, die in der Nähe ist. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Ja, es glotzt doch keiner. Mein Gott, lass mich einfach durch. Ich muss in die Kloaken mal wieder. Wo mich wahrscheinlich wieder tausende Untote anspringen werden. Naja, was soll's. Nun gut. Dann zeig mal, wo wollen wir uns denn jetzt genau treffen. Äh, falsches Schwert. In der Richtung irgendwo. Alter, hier liegen noch so viele Ertrunkene, die wir mal umgebracht haben. Da vorne ist zum Beispiel auch gleich eine Feuerstelle. Ah, das ist sogar direkt. Perfekt, dann kann ich ja da meditieren. Und Ja, meditiere ich da und direkt bis Mitternacht und dann sind wir ja gleich da. Ist ja perfekt. Mensch, meditieren wir in letzter Zeit viel, ne? Aha, was soll's. So, ah, da sind sie auch schon. Perfekt. So, es kann losgehen. Kameraden, die Leiter! Ist alles bereit? Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Oho, einen wichtigen Gast. Wer könnte das nur sein? Achso. Und wir wollen jetzt so ins Händlerviertel eindringen. In den abgesperrten Bereich. Nun gut. Das war wahrscheinlich nicht die beste Variante, aber immer noch besser als sich einfach reinzukämpfen. Gut. Ich würde sagen, da wir nicht wissen, was uns oben erwartet, packen wir als erstes mal was aufs Schwert. Und zwar, ich würde sagen, Diamantstaub sollte reichen. Ich könnte auch das Öl, das wir hergestellt haben, nehmen. Aber ich glaube, Diamantstaub sollte reichen. Dann nehmen wir natürlich noch einen Schwalbe-Trank. Und dann auf nach oben. Jaja, was zu trinken ist mir doch egal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Das schneide ich dann raus. Okay. Und oben sind wir. Jetzt ist die Frage, wo sind die Salamandra? Na gut, viele Möglichkeiten gibt's nicht. Überall ist der Weg versperrt, außer hier. Dann gehen wir hier mal lang. Und schauen mal in dieses ab- oder in dieses zerfallene Gebäude. Was haben wir denn hier? Keine Salamandra, die mich erwarten? Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang. Akayala Ambracur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redamiern. Sagt er. Der Kristall darmt sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente. Der Handel mit FIS-Technik. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Oh, verdammt. Jetzt haben sie uns bemerkt. Na, das wird natürlich spaßig jetzt. Ihr werdet langsam... Ja, wir werden ja mal sehen, wer hier sterben wird. So, Nummer 1 ist tot. Ach du Scheiße, da ist wieder so ein blöder Zauberer. Der hat wieder so ein nerviges Ifrit beschworen. Gut, als erstes den nächsten eliminieren. Und dann mal kurz ausweichen. Hallo. Ausweichen wäre nett, Geralt. Okay, gut. So, dann noch... Ah, da ist tatsächlich so ein blöder Zauberer. Hab ich Lust auf den. Komm schon. Hau ihn um. Der hält nicht viel, der Typ. Okay, dann kümmere ich mich jetzt als nächstes, als erstes um dieses Ifrit. Weil das unglaublich nervig sein kann. Und zack. Doch, ich. Und ich werde auch damit durchkommen, mein Freund. So, und jetzt du, mein Freund. Blöder Magier. Ich glaub's doch nicht ernsthaft, dass du dich mit mir anlegen könntest. Na, also. Damit werden die Salamandra eliminiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Ein Schlüssel zum Tor. Interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir hier alles genommen habe, was sie haben... Würde mich doch mal interessieren, mit wem sie da geredet haben. Bravo! Ein eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radowid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radowid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch. Ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich. Werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück. Sagt Adda schöne Grüße. Radowid also. Interessant. Und der ist jetzt gegangen. Wer das wohl ist? Ah, und da haben wir diesen Stein. Gut. Dann würde ich sagen, auf zurück zu Triss und Leuwarden. Und die sollen diesen Stein mal untersuchen. Vielleicht können sie ja herausfinden, wohin oder mit wem sie alles gesprochen haben. will ich nur noch? Sagt zum Knochen. Aber wie ihr ist, wenn du hier bist. Es hat sich nicht mehr. Es ist ja auch nicht mehr. Ich kann gerne von dir, was ihr. Aber als ich bin. Was ist ein Knochen. Ein Knochen. Und das ist das Schone. Ich bin mir. Und das habe ich mir. Und das war mir, wenn ich, was mir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr kennt mich? Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Das hat Raimund einmal gesagt, als wir Vincent Mais von unserem Verdacht, oder als wir gesagt haben, dass Vincent Mais nichts mit den Salamandra zu tun hat, da hat er doch gesagt, dass Vincent wohl irgendwas verbirgt. Tja, und jetzt ist wohl klar, was er verbirgt. Er ist in Wirklichkeit ein Wehrwolf. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir so einem Wehrwolf einfach vertrauen? Oder sollten wir ihn eliminieren? Wir haben ja vom Hierophanten gehört, dass Lycanthropie eine Krankheit ist, die immer schlimmer wird. Das heißt, dass er immer mehr zu einem Monster wird, je länger er ein Wehrwolf bleibt. Nun ja, jetzt ist die Frage, ist Vincent schon so ein Monster? Wir haben gesehen, wie er gnadenlos die Salamandra eliminiert hat. Aber gut, das haben wir auch getan. Und er hat den Kaufmann, den er gesehen hat, den hat er nur verschreckt, aber nicht getötet. Heißt das eventuell, dass Vincent noch nicht so ein Monster ist? Ist es damit eventuell sogar möglich, dass wir ihn noch von seinem Fluch heilen könnten? Aber ich denke, wir können ihm erstmal vertrauen. Und immerhin hat er gerade unser Leben gerettet und es danach auch verschont, obwohl wir ihn so verfolgt haben. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Oha, Radovid ist also der König von Redanien. Die Frage ist jetzt, warum wollten die Salamandra gerade einen König um Hilfe bitten für ihre dunklen Geschäfte? Ha, interessant. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Vincent wirklich auf unserer Seite? Warum sollte ich euch verschonen? Oh, warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer. Im Gegensatz zu euch. Uiuiui, das ist jetzt aber eine ziemliche Anschuldigung. Aber er hat schon recht. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, den Kaufmann hat er leben gelassen. Die Salamandra hat er getötet. Aber das haben wir auch getan. Ist er also wirklich noch kein Ungeheuer in seinem Inneren? Das ist hier die Frage. Und wir müssen jetzt entscheiden. Vertrauen wir Vincent Mais und lassen ihn leben? Und bekommen damit vielleicht einen, ja, wichtigen oder einen wichtigen Mitkämpfer gegen die Salamandra? Oder sind wir der Meinung, dass Vincent Mais doch ein Monster ist und eliminieren ist? Oder wie gesagt, wir versuchen ihn jetzt leben zu lassen. Und hoffen dann vielleicht auch seinen Fluch brechen zu können. Denn diese beiden Möglichkeiten haben wir. Und welche von beiden es sein soll, das dürft natürlich wieder ihr entscheiden. Also, ihr dürft entscheiden. Wollen wir Vincent Mais einfach eliminieren, weil wir der Meinung sind, er ist ein Ungeheuer? Oder wollen wir ihn am Leben lassen und wollen versuchen, vielleicht seinen Fluch aufzuheben und ihn zu einem wichtigen Mitstreiter gegen die Salamandra machen? Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Und wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher. Bis dahin. Ciao.